Sollen wir wirklich mit Gender beginnen? Das ist doch so ein Hype, da wissen schon alle Bescheid. Und die meisten damit verbundenen Probleme sind ja auch schon weitgehend erledigt. Ja, sollen wir. Mit guten Gründen. Erstens ist Gender von den verschiedenen Dimensionen von Diversität diejenige, zu der am längsten geforscht wird. Und zwar gezielt und in vielen wissenschaftlichen Disziplinen gemeinsam. Da wurden sehr gute Konzepte entwickelt, die auch für systematische Nachdenken über andere Dimensionen von Diversität hilfreich sind. Und zweitens, noch wichtiger, Gender betrifft alle Menschen und extrem viele Lebensbereiche. Persönliches, also Identität und den Umgang miteinander, aber auch die gesellschaftliche Organisation und Ordnung. Und die Vorstellungswelt. Medien, Bilder, Geschichten, Religionen. Und die wirken wieder zurück auf das Persönliche. Wirklich? Immer noch? Im Jahr 2022? Ich lade Sie zu einem Selbstversuch ein. In menschlichen Gemeinschaften werden laufend Erwartungen vermittelt, die mit dem Geschlecht verbunden sind. Und die Erfüllung dieser Erwartungen wird laufend kontrolliert und bestärkt. Das passiert manchmal formell und viel öfter informell, aber jedenfalls ständig und meistens in Alltagssituationen. Überlegen Sie bitte kurz, in welchen Situationen Ihr Geschlecht im Alltag relevant wird. Für genderkonforme Personen wird das gar nicht oft fühlbar. Genderkonform bedeutet, eine Person ordnet sich selbst demselben Geschlecht zu, das bei der Geburt festgestellt wurde. Wenn Sie aber eine nicht-genderkonforme Person sind oder sich vorstellen, eine zu sein, wie ist es dann? Ein paar Stichworte zur Anregung. Turnunterricht, Schlafwagen, Sauna, Formular ausfüllen, Präsenzdienst, Militär. Vermutlich ist Ihnen eingefallen, Ausdrucksmittel wie Kleidung, Frisur. Zugehörigkeit zu geschlechtlich differenzierten Gruppen, Mädelsabend, Mannschaftssport, Turnunterricht, Körperkontrolle am Flughafen und so weiter. Nutzung geschlechtlich differenzierter Räume, also WCs, Umkleiden, Schlafwagen, die Sauna. Namen, Pronomen, Administratives, Identitätsdokumente, Ausweise, Personenstand. Familie und zugehörige Rollen, Körpermerkmale, Stimme, Brust, Genitalien und Wahrnehmung durch andere. Das zeigt jetzt aber nur, dass das Geschlecht in vielen Bereichen ein Thema ist und dass es noch fast immer nur männlich oder weiblich als Optionen gibt. Bleibt die Frage, welchen Stellenwert das in unserem Leben hat. Wesentlich ist, dass die Zuordnungen und Zuschreibungen, die damit verbunden sind, nicht neutral sind. Im Gegenteil, sie sind immer eng mit Ungleichheiten verbunden. Und fast immer ist die Option männlich im Vorteil. Raven Connell, eine australische Geschlechterforscherin, hat dafür den Begriff der patriarchalen Dividende eingeführt. Sie bezeichnet damit den Vorteil, den Männer als Gruppe davon haben, dass die ungleiche Geschlechterordnung aufrechterhalten wird. Geldeinkommen ist nicht die einzige Form von Nutzen. Weitere sind Autorität, Respekt, Dienstleistungen, Sicherheit, Wohnung, Zugang zu institutioneller Macht, emotionale Unterstützung und Kontrolle über das eigene Leben. Zitat Ende. Leicht ergreifbar wird das anhand einer Geschichte, die Raven Connell 2011 bei einer Tagung in Graz erzählt hat. Connell hat einen guten Teil ihres Lebens als Bob Connell verbracht. Das Geschlecht hat sie gewechselt, nachdem sie schon etliche Jahre ein sehr etablierter Professor war. Nach der Transition hat sich einiges im Alltag deutlich geändert, sogar in den progressiven universitären Kreisen. Raven hat zum Beispiel festgestellt, dass sie von ihren Kollegen ständig unterbrochen wird und sich deutlich mehr als früher anstrengen muss, um überhaupt gehört zu werden. Als Bob kannte sie das höchstens in Ausnahmefällen. Das ist nur ein Beispiel für das unterschiedliche Ausmaß an Anerkennung und Wertschätzung, das einer Person entgegengebracht wird, je nachdem, ob sie als Mann oder als Frau auftritt. Und zwar völlig unabhängig von ihren Leistungen und von ihrer Durchsetzungsfähigkeit. Denn beides hat sich ja mit der Transition von Mann zu Frau bei Connell nicht geändert. Connells Erfahrungen sind übrigens kein Einzelfall. Zahlreiche empirische Arbeiten über den Studien- und Arbeitsalltag an Hochschulen zeigen, dass weibliche Wissenschaftlerinnen härter um Anerkennung ringen und mehr Leistungen vorlegen müssen als Männer, um gleich gut abzuschneiden. Das ist interessant zu beobachten und sicher ärgerlich. Wir haben ja in Lektion 1 schon über Bias und Stereotypen nachgedacht. Was für mich aber noch offen ist, ist das wirklich etwas, was einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie wir leben bzw. uns weiterentwickeln können? Was hier geschildert wird, sind unmittelbar sichtbare Auswirkungen von Geschlechterstereotypen. Zur Wiederholung, Menschen verhalten sich unterschiedlich, je nachdem, ob sie es mit einer Frau oder einem Mann zu tun haben. Das wird sichtbar im alltäglichen Umgang, in Reaktionen auf das Gegenüber, in Erwartungen, die dem Gegenüber entgegengebracht werden und bei der Bewertung von Situationen. Der Klassiker, der Pfleger, der für einen Arzt gehalten wird und die Ärztin, die mit Schwester angesprochen wird. Oder im Hochschulkontext, der ältere Student, der für einen Professor gehalten wird und die jüngere Professorin, die als Studentin angesprochen wird. Genau. Daran wird auch deutlich, Menschen vertun sich, weil sie im Kopf haben, dass Frauen eher Schwestern oder Studentinnen als Ärztinnen oder Professorinnen sind. Das sind aber wieder Kleinigkeiten. Ja, solche kleinen Ereignisse summieren sich aber und können handfeste Auswirkungen haben. Wie willkommen, wie angesprochen fühle ich mich in meiner Arbeitsumgebung? Wie viel Energie muss ich aufwenden, um meine Position zu wahren? Schlimmer ist noch, dass Stereotypen, die uns entgegengebracht werden, auf uns zurückwirken und unser Verhalten beeinflussen. Da gibt es eine Reihe von psychologischen Experimenten, die das zeigen. Zum Beispiel schneiden Mädchen bei einem Mathematiktest schlechter ab, wenn die Versuchsleitung vorab das Klischee Frauen und Mathematik bringt. Wirksam werden dabei zu einem guten Teil unbewusste Mechanismen. Wir erwerben diese quasi nebenbei. Zum Beispiel durch die Medien, durch die rosa-blau-Welt der Spielzeugindustrie, die Sprache und so weiter. Wir können uns dem kaum entziehen. Es genügt also nicht, wenn wir uns einfach vornehmen, uns nicht beeinflussen zu lassen. Da hat es doch extreme Weiterentwicklungen gegeben, seit diese Themen aufgekommen sind. Ja, dank der Frauenbewegungen, die für die Gleichstellung der Geschlechter gekämpft haben und noch immer kämpfen. Die erste Welle der Frauenbewegung hat für Zugang zu bürgerlichen Rechten gekämpft, für Versammlungsfreiheit, für Zugang zu Bildung und Berufen, später dann für das Wahlrecht und für eine Reihe von sozialpolitischen Themen wie den Mutterschutz. Wenn wir über Europa hinaus schauen, auch zum Beispiel Antisklaverei. In der zweiten Welle ab 1968 ging es um körperliche Selbstbestimmung, vor allem das Thema Abtreibung, Kritik am heterosexuellen Zwangssystem, Forderung nach autonomen Frauenräumen und Medien, die dann auch geschaffen wurden, nach Änderungen im Eherecht, Familienrecht und die Berücksichtigung von Frauen in der Forschung. Sowohl als Wissenschaftlerinnen als auch Beforschte. Die dritte Welle der Frauenbewegung thematisiert weiterhin aufrechte Defizite. Hashtag Aufschrei, Hashtag MeToo machen Alltagssexismen und sexualisierte Gewalt gegen Frauen öffentlich. Ein weiterer Schwerpunkt der dritten Welle der Frauenbewegung ist die Einbeziehung der Perspektiven von Feministinnen aus dem globalen Süden. Einiges können wir also zum Glück schon abhaken, aber zahlreiche Themen sind nach wie vor aktuell, zum Beispiel Gewalt gegen Frauen, die Verteilung von Care-Arbeit und Ungleichheiten am Arbeitsmarkt. Die noch offenen Punkte wirken sich häufig erst aus, wenn wir schon etwas älter sind. Soziologinnen bringen das auf den Punkt. Zitat Erst im mittleren Erwachsenenalter mit der Familiengründung und den Belastungen durch die Vereinbarung von Beruf und Familienaufgaben oder dann, wenn Frauen beim beruflichen Aufstieg auf Hindernisse stoßen, werden geschlechtsspezifische Ungleichheiten bewusster wahrgenommen. Das gilt aber größtenteils nur für Europa und Nordamerika, richtig? Obwohl, wenn wir uns die Abtreibungsverbote in manchen US-Bundesstaaten so ansehen, klar, wenn wir global hinsehen, wird noch deutlicher, dass Gender immer noch einen Unterschied macht. Am besten schauen wir dazu auf offizielle Parameter, anhand derer Ungleichheiten gemessen werden können. Internationale Organisationen erheben Daten zur Geschlechterungleichheit und vergleichen zwischen den Ländern. Der SIGI-Index der OECD zum Beispiel misst Diskriminierung von Frauen in 180 Ländern anhand der Parameter Familie, körperliche Integrität, Ressourcenzugang, bürgerliche Freiheiten. Sehen Sie doch einmal nach, wo wir in Österreich stehen und wer Spitzenreiter bei Diskriminierung ist. Und in der Universität? Wie wirkt sich das alles in der Universität aus? Das Auffälligste ist wohl immer noch das schräge Verhältnis von Frauen unter den Studierenden und Frauen unter den Professorinnen. Nicht einmal ein Drittel der Professorinnen sind weiblich und das, obwohl die Mehrheit der AbsolventInnen schon seit den 80er Jahren Frauen sind an Österreichs Universitäten. Wir haben hier allerdings starke Verbesserungen zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2000 hat sich der Frauenanteil bei den ProfessorInnen verzehnfacht. Wichtige Voraussetzungen für diese Entwicklung sind Bewusstseinsbildung und Kontrolle der Fairness der Personalverfahren. Dann gibt es aber noch ein weiteres Problem, an dem sich nicht viel geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Es gibt eine extrem ungleiche Verteilung von männlichen und weiblichen Studierenden auf die Fächer. Deutlich weniger Frauen als Männer gibt es in den sogenannten MINT-Fächern. MINT, das ist eine Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ganz wenige Männer finden wir zum Beispiel in den Erziehungswissenschaften und in vielen Lehramtsstudien. Ja, richtig. Und diese Ungleichverteilung hat mehrere nachteilige Konsequenzen. Zum einen sorgt sie für die Aufrechterhaltung der Lohnschere zwischen Frauen und Männern, da die quantitativ männerdominierten Fächer deutlich bessere Verdienst- und Aufstiegschancen bieten in der Regel. Zum anderen fließen dadurch in die unterschiedlichen Fächer vorwiegend die Perspektiven eines Geschlechts ein. Und außerdem fehlen in vielen Bereichen Rollenmodelle. Männliche Volksschullehrer und weibliche Physikerinnen. Das trägt dazu bei, dass die Schieflage sich verstetigt. Und freilich gibt es auch unter den Universitätsangehörigen die Themen Stereotype und Bias. Denken Sie an die Geschichte von Rewyn Connell über die Erfahrungen zunächst als Mann und dann als Frau. Und hier sind auch die Ansatzpunkte für unser eigenes Aktivwerden. Beobachten und reflektieren. Wer wird ermutigt, sich einzubringen? Wessen Beiträge werden ernst genommen? Wer muss sich seine Position jedes Mal wieder erkämpfen? Und wer bekommt automatisch einen Vertrauensvorschuss? Wessen Beiträge werden akzeptiert und hervorgehoben? Und wessen Beiträge werden eher als selbstverständliche zu Arbeiten wahrgenommen? Wird sogar jemand bedrängt oder körperlich belästigt? Ausgleich schaffen und Position beziehen. Wenn Sie wahrnehmen, dass es Schieflagen gibt, ändern Sie Ihr Verhalten. Oder, wenn andere falsch liegen, sprechen Sie Ihre Beobachtungen an und unterstützen Sie Kolleginnen. Die Bauchereme Untertitelung des ZDF, 2020